So und los geht's hier, Schlacht und Jakob Battlefront 2. Ich hab zwei Notsignale bei ihrer Position. Wir sehen nach. So, mit der Brille hier im Pfeil läuft's, weil hier die Bündel in der Luft hier und die Akküft sind. Der ist nötig! Ich hab's überwachen. Aiden, bist du unterwegs zu einem Signal? Das wird Ihnen eine Ehre sein! Bomba! Es geht los! Ziel eliminiert! Ja! Nichts schnell! Das war's! Okay! Das war's! Sehr gut! Kommande! Der abgeschossene Sternenzerstörer schickt Bomberverstärkung zu einer imperialen Forschungsanlage im Carbon Ridge. Die Anlage ist ein Hauptziel der Republik! Halt! Wir könnten die Bomber aus dem Hangar heraus abfangen! Gute Idee! Suchen Sie einen Landepatz! Das ist die nächste Woche! Ich hab' die Bomber auf dem Hangar zurückgezogen! Okay, Weg geht's drauf! So! Wo? 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 Wo kam es mal? Wo ist das gerade? Hier? Wo? Wo ist das? 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 Das meine ich. Aber wie schalten wir den Hangar ab? Wir gehen rein und suchen im Wrack nach Ferndetonatoren. Okay, Detonatoren finden. Ah. Einmal scannen, bitte. Hm. Sie wissen nicht, dass wir hier sind? Gut. Ich eröffne das Feuer. Verstanden? Offizier! Was hält denn die aus? Okay. Der Beat wird gescampt. Aber falsche Waffen. Waffen. Gerade. Ich muss nicht gehen. Ah! 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 Das ist wirklich so fechert. Ich glaube es ist lange nicht gelöst, aber... Nein. Ah! 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 Ich weiß nicht, sie hat ihn nicht so stark gebracht, aber ich weiß nicht, es dauert lange nicht so auf jeden Fall. Tag mir einen Scan. Da bringt er nix Die Headshots bringt immer was Das waren alle. Der Weg zum Hangar ist frei. Wir brauchen die Detonatoren. Da muss man sammeln Objekte, so ein paar Kisten, da sind aber drei Stück pro Map. Detonatoren. Sehen sie sich weiter um. Mehr Detonatoren. Zeit den Hangar endgültig abzuschalten. Was? Das ist ja toll. Okay, ich spiele es zu Ende. Taijäger greift an. Soll ich noch kurz eine andere Karte nehmen? Das war die Ladezeitbonus. Nehm ich den mal. Schild finde ich ganz gut, glaube ich. Ach nicht, andere Waffen wollen wir hier nehmen. Verdammt, verdammt, verdammt. Na toll. Taijäger greift an. Mehrere Waffen finden. Sofort. Ich hoffe, jetzt bin da richtig was gerade hier. Soide, ich brauche ein Schild. Wer war Schütze? Wuhu. Abby. Das haben sie nicht erwartet. Alter. Scharfschütze vor Ort. Verdammt, ich will eigentlich eine andere Waffe nehmen. Verdammt, verdammt, verdammt. Also, wo platzieren Kettenlabs? Direkt auf die Ties. Die Kettenreaktion der Explosionenjagd bis zum Ionenantrieb alles in die Luft. Und zerstört dann das Schiff von innen raus. Ganz genau. Okay. Detonator platziert. Zuerst sind wir nachher gesetzt. Boah. Sorry fürs Husten. Nichts wird der Zeit, ne? Der Husten wird jetzt gerne mal. Detonatoren sind scharf. Also schön. Dann nichts wie raus hier. Schnell. Oh. Du bist dran. Oh. das muss das rettungsteam sein es werden immer mehr dann schießen sie weiter das ist ein schwerer schütze zu den Schössen Achtung, feindlicher schwerer Schütze auf den Weg mit ihnen hier so sie runter weg vom Ding hier gut schilder aktivieren da sind sie da zieht überhaupt nicht schilder schilder ich brauche ein Schild das waren dann wohl alle zurück zu unseren Schiffen hier sind bestimmt auch noch irgendwo Sammeltisten, Sammleobjekte für mich zu wetten so egal jetzt wie war da hier schlaft mit Jakobus gewonnen werden schilder 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 aus schilder 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 Katrin 미 mal die waffen ist ja voll nervig was sie drin hatte ich nur die hier ist ein bisschen besser hoffe ich zumindest so heilung habe ich reingekriegt heilung 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 schiffen ganz gut hartnäckig wo ist die heilung heilung also das eine dann okay immer so ob das gute so nicht wird sich zeigen diese position wurde zurückgelassen und ich holen es sie geben uns unterstützungsfeuer hier ist der inferno trupp an starhawk wir brauchen ein orbital freigabe markieren sie ihr ziel dann regnet das feuer ja ich mag hier nein markieren sie kommen wir jetzt werden sie markieren dann dann macht er schon Arbitalbeschuss, hier! Arbitalbeschuss, Treffer! Boah, das sind die alle. Fuck. Feuer, hierher! Boah, die Kampfläufer kommen immer noch. Oho. Kampfläufer sind so da. Nice. Aufleihung. Heil mich mal bitte. Oh, fantastisch. Feindliche Verstärkung muss ein. Feindliche Schläber, Schütze! Alter, das mag ich jetzt. Noch ein Treffer, dann warst du weh. Oh, der hat mich aufgestocht. Oh, nice. Bestätigt. Der AT-AT ist zerstört. Es funktioniert, Inferno-Trupp. Aha. Der zweite AT-AT ist zerstört. Mehr können wir leider nicht tun, Commander. Starhawk zieht weiter. Es reicht, Starhawk. Und danke. Es wird mal eine Menge Leben. Eterno, wir müssen zur Evakuierungszone. Viel Spaß! Da, bring der Kapp'n Linty hier weg. Unterwegs zur Abholung, Commander. Lass mich raus hier. Lass mich raus hier. Lass mich raus. Alter. Boah. Panik hier. Los. Hier nach, hier nach. Der Hähnung läuft. Der schuckt ihn hier. Imperiale, Verstärkung! Wir schaffen! Komit! Sind Sie noch da, Commander? So. Hallo, Captain Linty. Willkommen auf der Corvus. Zu Corvus! Ich bin rein da. Helfen Sie unseren Freunden auf die Corvus. So, sind Sie noch irgendwo? Bissens mitnehmen? Entschuldigung. Ja, jetzt war wohl nicht das im Jagdviel. Nichts wie weg hier! Dell kann nicht standen, wenn Sie da stehen, Commander. So, mein Exxon schnell noch. Falsche Richtung! Äh, Heilung bitte? Fast draufgegangen gerade. Danke, Commander. Dann im Feuer. Jederzeit, Captains. Wie wirkt er draußen? Triv. Zurück zu den Schiffen. Können wir kurz über den Orbitalangriff reden? Ja, was ist damit? Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Hört sich fast an, als hätten Sie Spaß dabei. Aber niemals. Ja. Man ist ja so begeistert, das ist schon mal gut. Das nehme ich mal eben kurz mit. Weißt du nicht, was man kommt, ne? Das wäre eigentlich schon zu Ende der Mission. Aber anscheinend doch nicht. Sehr schön. Spielzeit. Spielzeit. Okay, zu den X-Flüglern. Geht noch weiter. Ja, sehr schön. So. So hin, das muss ich machen. Da, wo können wir noch helfen? Gute Arbeit. Käften Lindsay und seine Leute nehmen gerade Carbon Ridge ein. Allein hätte ich das nicht geschafft. Wie läuft es da oben? Schwer zu sagen, aber... Ich denke, das Imperium verliert. Ich denke, Sie haben recht. Ich spüre es. Es ist fast vorbei. Heute stirbt das Imperium. Besser spät als nie. Genau. Jo. Muss ich mal hinfliegen oder was? Mehr passiert nicht. Das ist schon mal. Ah. Gut. Missionen, die Schlacht. Kommt, wir haben ein Problem. Ach, scheiße. Was war das? Ihr Vater. Er hat uns gefunden. Der Admiral schickt der Corvus Bomber hinterher. Die müssen erst an uns vorbei. Schalten wir sie aus. Okay, das sehen wir jetzt aber im nächsten Fit, weil das war jetzt gerade schon Abschluss. Und dann sehen wir uns dann demnächst wieder. Reingehauen. Tschüss. Schalten wir uns.